Aus dem Grundschirm, die Dame in den Ferien gebracht, in den Hockeystick wieder handgewechselt hier, 1, 2, jetzt die Hand, auf die rechte, rechte Handposition, die Dame, dann wechseln wir die Hand im Platz, vorwärts zurück, Schritt, Wiege Schritt, Seite, Seite gewechselt, bitte noch mal, Ausgang, 1, 4, Turn, beide Hände in den Cuban Breaks, auf beiden Seiten, einmal rückgebildet nach links, einmal nach rechts, eine Probe nahe, 1, 4, 1, 4, Turn. Fert.